so dann machen wir mal ganz zauber und ganz schnell spritzig hier fertig ja wegen der dunkelheit der webcam dafür kann ich nicht kann es auch irgendwie nicht heller machen dann muss das erstmal da auch schon mal sehr geil aus hier noch außer jahr nicht hoch Hört sich irgendwie nicht gut an, aber... Äh... Läuft schon. Hm. Wie viele hast du getötet, Ruben? Ruben? Mein Vater war Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient, meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall... Dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit allem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Ich bin der Perfektion. Ich bin der Perfektion. Ich bin der Perfektion. Ach nee, da... Machen wir erstmal nicht. sehr schön das nehmen wir natürlich alle mit hier ich frag mich wo ich bin hört sich auf jeden fall alles nicht gut an hier wird hier eine schöne springpfeile junge ist das hier arsch dunkel nehmen wir mal auf jeden fall alles mit hier das ist doch nicht mehr hätte das ach so jetzt ist auf jeden fall nicht gut an Kontrollpunkt Ein Freak Das ist Wahnsinn Oh, Alter, war ich knapp Na, komm her, du Brenn meine Wunderkerze Ja, wer ballert denn hier? Ach, da Ah Ähm Eine Kompelscheißige Mann Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Geil Ah Er kommt einfach um die Ecke, ist klar Scheiße Ich brauch Deckung Äh, komm Ich bin zu tief in Fake, Mann Ich bin zu tief in Fake Ich bin zu tief in die Ecke Ich bin die Ecke Dann Ja, 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 ja. Oh, lad doch mal nach, ey! Teufeld Huh? Duh. munition alle kann ja sein eddie scheiß muni ach ist kompliziert kein strom na super 70 70 Wo kriegt der Scheiß Strom her? Ja. oh geht auch hierin so hier kann ich schon mal ein mischt machen eine leiter sehr schön die shot dann Nochmal zu Überall diese Springfallen Ich hole eine Batterie, sehr schön Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde weiterhaut da rein, bis dann